Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin nicht mit Frauen. Paare schon, aber Frauen allein. Ich glaube, Sie würden meinem Mann gefallen. Wie heißen Sie? Chloe. Mein Mann betrügt mich. Das glaube ich zumindest. Ich will, dass Sie ihn treffen. Entschuldigen Sie. Entschuldigung. Könnte ich mal den Zucker haben? Bitte. Ich will wissen... Danke. ...will sehen, was er tut, wenn Sie ihn anmachen. Ich sagte zu ihm, wir könnten in die Arn Gardens gehen. Aber dann sagte er, er könne nicht. Raten Sie mal, weil er verheiratet ist. Wir liefen durch das Gewächshaus mit all den exotischen Pflanzen. Ja, und dann... Darum hatte ich Sie nicht gebitten. Dann fragte er, ob er mich küssen darf. Sie lügen. Sie ist die ganze Nacht in meinem Haus und keiner sagt mir was? Diese Geschäftsbeziehung, und es ist nie etwas anderes gewesen, ist beendet. Dborne. 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 Dborne.